Hallihallo und herzlich willkommen zur Layers of 4 Demo. Ich glaube den vorletzten Tag, wo wir sie spielen dürfen. Released wird das Game nächsten Monat am 15. Juni und ich bin jetzt sehr gespannt, was das Spiel zu bieten hat und vor allem was die Demo schon zu bieten hat. Ich bin noch nicht ganz schlau aus dem Text geworden, ob es doch nur ein paar Remakes mit neuen DLCs und einer komplett neuen Episode sind oder ob die beiden vorherigen Teile auch miteinander vermischt sind in einem komplett eigenständigen, zusammenhängigen Spiel. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach die Demo an und unterhalten uns dann danach nochmal drüber, was die Demo so zu bieten hat. Kamera mache ich weg und ich würde sagen, beginne eine neue Demo. Gamma passt soweit, das habe ich schon eingestellt und los geht's. Stimulatete, standen, venerate. Und ein Tag, du hast alles, aber schade und schade. Ich bin noch nicht sicher, was du spielst, aber ich bin zurück. Wie gut das aber schon aussieht. Aber gut, es sind Render-Sequenzen, wir schauen gleich mal im Spiel. Ich nehme, was mir ist. Zehn Jahre früher Geschichte der Autoren, Kapitel 1 Und da sind wir mit einem Spiel. Oh. Doch, es sieht gut aus und das erinnert sehr an die ersten beiden Teile. Ich glaube, kleinen Moment, Gamma stelle ich doch mal noch ein bisschen runter. So, weil mir doch ein bisschen zu hellen. Ich meine, ich tue es für YouTube noch ein bisschen hellerstellen. Aber das war jetzt noch ein bisschen sehr hell. Er meint Feuerzeug. Ich habe ja gelesen, es gibt dieses neue, diesen neuen Kapitel mit dieser Schriftstellerin. Ich glaube, da sind wir gerade drin. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie die anderen Teile miteinander vermischt. Wir lassen uns überraschen. Feuerzeug nehmen wir. Es hat mich an dein Gedicht erinnert. Okay, es hat mich an dein Gedicht erinnert. Die Frage ist nur, welches Gedicht? Das sind wahrscheinlich Erinnerungen. Ich habe es doch gerade gesehen. Da. Ihr Mann. Oder ihr Papa. Und es sind ja Layers. So viel zeichnen sich ja dadurch aus, dass wir Schicksalsschläge spielen. Vielleicht hat sie auch jemanden verloren. Und wir müssen jetzt sozusagen herausfinden, was da passiert ist. Beziehungsweise damit dann auch fertig werden. No Dates. Können wir jetzt aber uns hier hinsetzen? Was schreiben? Nein? Nein? Spiel? Nein? Schlafen liegen? Ja, dann gehen wir einfach raus. Okay. Äh, ja. Hallo? Wir sind also irgendwo... Ach schön, wir sind ja am Leuchtturm. Ich wollte gerade sagen, irgendwie Bootshaus ähnlich sieht das hier aus. Aber wo klingelt das denn? Da komme ich nicht durch. Ja. Kleinen Moment bitte. Wir gucken uns erstmal alles an. Das Telefon hören wir ja schon. Vielen Dank. Äh, einmal zurücklegen. Ich werde die Notizen dann später natürlich nochmal vorlesen. Aber jetzt nervt das Telefon ein bisschen. Deswegen gehen wir erstmal ran. Und hören rein. Hallo? Ich habe mich gerade erst mal umgeguckt. Wie schnell soll das denn gehen? Du musst verstehen, Frau... Es ist imperative, dass du dein Arbeit so schnell wie möglich startest. Warum? Ich werde dir bemerken, dass du ein Kontrakt verabschiedest. Es ist sehr spezifisch auf der Zeitlinie. Ich würde dir advise, dass du es übernommen. Okay. Goodbye. Ich werde gerade gucken, ob ich im Text bin, aber bin ich nicht. Und wir haben es ja immer mit Künsten zu tun. Das war eine Konversation, die ich zu so vorhin hatte. Anscheinend. Äh, wir haben es immer mit Künstlern zu tun. Im ersten Teil war es ja der Maler. Ähm, sie ging es um die Tochter des Malers, die aber auch mit Zeichnungen zu tun hatte, weil sie den Ansprüchen des Vaters nicht gerecht wurde. Im zweiten Teil in der Schauspieler. Und jetzt haben wir es mit einer Schriftstellerin zu tun. Die Notiz hatten wir ja schon. Auch abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Ja, dachte ich mir auch gerade. Hätte ich mir jetzt auch gesagt, wir dürfen die ganzen Leuchtturm benutzen, aber wir haben nur zwei Türen offen stehen. Toll. Wahrscheinlich ist das hier eine Toilette. Oder Küche. Hä? Okay. Ich dachte, das ging gerade auf. Nein. Das heißt, wir können nur zu unserem Zimmer zurückkehren und anfangen zu schreiben. Wir haben ja einen Zeitplan, den wir einhalten müssen. Also. Neues Papier ist schon eingelegt. Los geht's. Was war das? Wenn wir gerade anfangen, wird man hier schon wieder gestört. Hallo? Was ist das? Das klingt wie Ziegelsteine. Geschlossen. Immer noch. Ist jetzt doch offen. Das ist doch so eine Art Vorratsraum. Ist das ein Gemälde? Es sieht sehr nach Leinwand aus. Zeig mal. Vielleicht können wir uns da dran Inspiration holen. Oh. Es ist ein Gemälde des Künstlers. Wir haben es kurz aufschimmern sehen. Eins der Endgemälde, die wir erreichen können. Okay. Vielleicht waren das ja auch alles nur Geschichten, die sich diese Protagonistin ausgedacht hat. Teil 1 und Teil 2. Wir wissen es nicht. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass wir das in der Demo erfahren werden. Aber zumindest ein Anfang. Wenn ich jetzt nämlich... Warum willst du denn jetzt das Telefon... Willst du denn anrufen? Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob ich den Tick richtig verstanden habe. Vielleicht verknüpft diese Geschichte ja auch Teil 1 und 2 miteinander. Im Sinne von, dass wir dann Flashbacks haben und dort nochmal in Teil 1 und Teil 2 reinkommen. Oh, das gibt es als Bonus uns halt nochmal Remastered. Die lasst uns überraschen. Nicht mal mehr einen Monat, dann wissen wir es. Hallo? Hallo! Hallo, darling! Ich kenne, um dich zu wissen, ich bin hier. Kannst du glauben, dass die Agency schon kenne, um zu sehen, ob ich gearbeitet habe? Das ist verrückt! Hatte du zumindest Zeit, um ein bisschen zu zutaten? Wie ist das Lichthaus? Inspirant? Spooky? Eher Spooky? Haunted? All diese Dinge. Ich war nur nachher und es ist... sicherlich etwas. Wie bist du? Arbeitst du die Medikamente? Nicht über mich, Mama. Es ist dein Zeitpunkt, dein Arbeit zu machen. Dein Leben zu leben. Okay. Ach, das ist ihr... Okay, ich dachte, es wäre ihr Mann gewesen. Es ist ihr Sohn. Huch! Huch! Naja. Gut. Dann ist es unser Sohn. Und wir schreiben dann wohl... für unseren Lebensunterhalt. dann tippen wir mal. Würde wir auch lesen? Geschichte des Malers, Kapitel 2. Ah, okay. Also doch so. Doch so. Und jetzt sind wir wieder im Teil 1. Hass. Selbst jetzt. Holoren. Du verdienst es. Beende es. Das kennen wir schon. Und wir müssen hier ja diese... Dinger finden. Je nach Kapitel. Ich denke aber, sie werden das nicht 1 zu 1 übernommen haben. Sondern schon irgendwie angepasst haben. Ich meine, es wäre auch sonst ein sehr, sehr langes Spiel, wenn man Teil 1 und Teil 2 komplett hier nochmal reingebaut hätte. Aber lass uns überraschen. Ich habe hierbei resigniert aus den Services, die in einem Haus gemacht haben. Warum? Weil wir langsam als Maler verrückt geworden sind. Hallo. Und ich muss ja... Hallo. Ich muss ja zugeben, das ist das erste Mal, dass ich Elia Sophia 1 auf dem PC spiele. Denn davor habe ich es in VR gespielt. Ich habe es als Let's Way schon gesehen am PC. Aber selbst gespielt in VR. Das war nochmal intensiver. Von daher ist die Erfahrung... Die Erfahrung ist nochmal so zu spielen. Natürlich auch nochmal eine andere. Schade, dass es bei Teil 2 nicht funktioniert hat. VR-Modus. Oder hier. Das hier in VR wäre auch nicht schlecht. Au! Den Hund kennen wir aber. Na. Hat mir damals schon leid getan. Ja, der Katze ist das aber nicht. Ich habe uns nur ein Hund gekauft. Ja. Der Hundi. Okay. Mhm. Hallo. Ihr kennt mich ja. Wir gucken uns alles an. Alle Schubladen aufmachen. Die gehen. Morphium-Rezept. Patientenname unleserlich. Datum unleserlich. Dr. Matt William H. Green. H. Green dann. Halt. Hör mal zu. Kann doch... Kann ich mich nicht... Kann ich mich nicht bücken? Nein? Okay. Dann geht es hier weiter. Dieser Flur. Und das ist ja alles in der Unreal Engine 5 jetzt nochmal neu aufgebaut worden. Aber ich muss sagen, selbst die alten Teile hatten es grafisch, waren grafisch schon gut. Also es macht nochmal einen kleinen Unterschied. Aber ich finde im Vergleich zum Original jetzt auch nicht so, dass ich sagen muss, wow, komplett neue Erfahrung. Denn der erste Teil war schon von der Grafik her relativ gut. Ein Gesicht im Gesicht. Ach und ja. Diese schönen Veränderungen. Hallo. Da hing wohl was nicht richtig. Path. Should I follow? Ich hab vor, sollte ich folgen? Ich weiß es noch nicht. Entscheide dich. Okay, nimmst du mal die Bilder an. Ja, dahin will ich auch... Nein, dahin will ich auch nicht zurück. Ist doch gerade schon runtergefallen. Ah. Sagt er zu jedem was? Malen und Blut oder seine Frau. Und das hier. Sagt er nichts dazu. Ich würde mal die Tür seiner Frau benutzen. Hallo. Ja, glaub mir, das ist sie. Du musst dich nicht in deiner Malerei entgeben, denn deine Frau braucht dich viel mehr. Seine Frau. Und ich denke mal, auch hier wird es wieder drei verschiedene Enten geben. Die Frage ist ja nur, wird es vielleicht sogar mehrere Enten geben? Weil Teil 1 Ende, Teil 2 Ende und dann der neue Teil. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ist abgeschlossen. Aua. Das ist heiß. Aber wo geht's denn jetzt? Geht's ja auch nicht weit. Ach doch, hier hoch. Okay, machen wir. Würdest du ja gerne löschen. Ähm, ich glaube, damit löscht du das aber nicht. Haben wir, haben wir eigentlich ein Inventar? Ich wäre eigentlich eine ganz, ganz dumme Idee, da drüber zu steigen. Aua. Eine Kerze. Okay, passiert aber auch nichts. Kerze. Wir müssen noch eine finden. Da. Wir wissen ja natürlich, was, was mit seiner Frau passiert ist. Und letztendlich auch, was mit der Tochter passiert ist und was mit ihm passiert ist. Sind wir jetzt? Wart mal, wart mal. Ach doch, nee, es ist noch. Ja, Laterne ist besser. Ah, und die Puppen. Um das Echo zu bannen. Okay. Sind das dann Erinnerungen? Muss ich hier jetzt auch? Geht das? So. Ja, nehmt das doch. Könnte ich denn nicht gerade... Was hast du denn... Ach, da hast du den Schlüssel genommen. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Vielleicht bist du aber auch zu anspruchsvoll. In dem, was du gerne haben möchtest. Ein wunderschöner... Blur... Wow. Wow. Ach so, und falls ihr... Falls ihr gerade auf die Demo gestoßen seid. Ähm. Und Teil 1, oder dass die hier sie und Teil 2 nicht kennt. Gibt's auf dem Kanal. Ist hier oben jetzt bestimmt verlinkt. Falls ihr da Interesse habt. Aber ihr könnt auch ganz erst mal zu Ende schauen. So. Wäre mir schon aber schon wichtig, warum. Ja. Ja, ja. Vielleicht. Okay, ja. So wie wir es gedacht haben. Ich bin fertig. Ich werde es selbst machen. Ich werde es selbst machen. Das Haus ausbrechen kann nicht so hart. Ah. Dieses hier schon. Ich arbeite hier. Wart mal. Was? Warum? Knochen sollten nicht so einfach... Ich kenne den Flur noch und ich kenne auch die Stelle. Aber das mit der Knochensäge ist mir gerade ein bisschen neu. Oder ich habe es vergessen. Ist ja auch schon ein bisschen länger her. Das hier ist auf jeden Fall auch neu. Au. Muss mich nicht gleich hier anzünden. Aber warte doch mal. Nicht so schnell. Warum brennt da jetzt alles? Au. Ja, ich gehe ja schon. Ich kann nicht gehen. Hallo. Muss ich denn... Was genau passiert hier gerade? Hallo. Ist das Farbe? Schick. Mhm. Das andere Bild haben wir ja auch gerade gesehen. Das kennen wir ja auch. So, darf ich jetzt raus? Oder irgendwo anders lang vielleicht? Ich dachte, hier liegt ein Schlüssel. Aber so eine Kerze. Jetzt darf ich raus. Alter Verwalter. Das sieht schon gut aus. Das Schlafzimmer. Uh, das Plattenspielrätsel. Das ist das only thing that could make her smile. Okay. Machen wir. Warte doch. Ich dachte, du legst die Platte erstmal da drauf. Danke. Ohne Platte ist es nämlich... Funktioniert es nämlich nicht ganz so. Ja. Kann ich dich auch wieder zurückspulen? Schmuckkästchen. Doch, doch. Es geht wieder zurück. It cannot be undone. Toller Schmuckkästchen. Halt! Eine Violine. Also sie hat ja eigentlich Klavier gespielt, aber hat sie auch Violine gespielt? Ach ja, die Knochen. Doch, doch, doch. Ja. Es kommt langsam wieder. Er hat ja versucht, die perfekten Farben zu finden für sein perfektes Bild. Ja, Knochenmehl. Ich glaube, da hättest du auch einfacher rankommen können. Da hättest du nicht unbedingt... ...einen Finger abschneiden müssen. Oder von jemand anderem. Oder generell. Sag, einfach Knochen kaufen können. Das erste Foto. Und auch die erste Zutat. Erstmal die Schublade. Da ist nicht ein Medaillon mal drin. Wir kommen auch mit neuer Wörter dazu. Hast selbst jetzt verloren alleine. Du verdienst es. Ein Grab für dich. Beende es. Machen wir. Wir versuchen es zumindest. Nichts weiter. Was steht da denn drin? Das würde mich mal interessieren. So, was darf ich denn jetzt... Spiel... Was darf ich denn jetzt machen? Ah, doch. Wollte ich mir schon sagen. Eigentlich hätte ich ja jetzt zeichnen müssen. Dann machen wir mal. Wir grundieren einmal. Geschichte des Malers. Was war das Kapitel? Ich konnte es so schnell, konnte ich nicht lesen. Das ist der Knochen und die Knochensäge. Die Puppen. Das ist jetzt Kapitel 2. Er war dem nicht gewachsen. Es ist einfach zu vergessen. Die Abschnitte gehen anscheinend auch ein bisschen schneller jetzt. Ja, wunderschön. Wunderschön. Wir wissen alle, was du mit deinen Augen machen wirst. Zahnbäder. Hier fehlt ein Zahnrad. Ich muss aber sagen, an solche Abschnitte erinnere ich mich gar nicht. Der ist abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Schlüssel. Aber es sieht interessant aus. Auch wie sie das miteinander verknüpfen. Da fehlt auch noch ein Schlüssel. Ja, da ist zu. Ach, da ist das Zahnrad. Danke. Einmal einsetzen, bitte. Geht das nicht da rein? Fehlt noch irgendwo... Ach, da fehlt noch eins. Fehlen drei. Es fehlen drei am Ende. Ich denke mir, damit werden wir die erste Tür aufgemacht haben. Ja. Und ich weiß, wie wir das gute Ende bekommen haben. In Teil 1 soll man sich nämlich nicht vor seiner... Das ist ja unsere Frau. Soll man sich nicht vor ihr fürchten. Um das gute Ende zu erhalten. Hallo. Die Frage ist nur... Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt an einen anderen Ort. Ich wollte einfach nur nochmal neu starten dann. Aber das ist wahrscheinlich der... Huch, nein. Dann möchte ich nochmal... Nein. Da hätte ich mich doch erstmal umgucken sollen. Aber das ist jetzt der... Ja. Okay. Wenn wir das nächste Mal auf sie treffen... Jetzt vielleicht? Nein. Ach, es sind beide Türen auf. Hallo? Hallo? Ich will mich nochmal in den Raum umgucken. Wo wir da gelandet sind. Das ist ja die Bücherei. Glaube ich. Das heißt, hier in uns musst du der Kamin... Nein. Doch, hier ist der Kamin. Also die haben die Räume auch leicht verändert. Halt. Da geht's... Okay, es war der einzige Ausgang. Aber das sieht schon... Das sieht schon cool aus. Dreh! Wow. Richtig drehen lässt er sich nicht. Wobei ich mich halt noch frage... Wenn sie das miteinander verknüpfen wollen... Ist das wirklich nur eine Geschichte? Diese Schriftstellerin? Und wenn die Kapitel so kurz sind... Weiß ich nicht, ob das so am Ende... Was ja das Spiel eigentlich ausgemacht hat... So gut rüberkommt. So, sie kommt ja von da. Sie gehen mal hier lang. Hallo? Ja! Mach da rauf! Mach da rauf! Und es bringt ja... Und es bringt ja... Es bringt nichts... Auf sie zuzurennen. Denn dann landen wir eh nur immer wieder an dem selben Ort. Wobei es jetzt wahrscheinlich egal ist, weil wir ja das Zahnrad haben. Ja. Ja, ich bin doch schon... Ich bin schon wieder raus. Ich bin schon wieder raus. Und ich hab keine... Was am Boden hier? Nee. Von da kamen wir... Hä? Von wo kam ich denn? Boah, hier nicht? Hätte hier nicht das Zahnrad sein müssen? Labyrinther. Diese Abschnitte sieht auf jeden Fall anders aus. Ist jetzt immer noch hinter uns her? Schon wieder Rohre. Hier. Ah, das ist jetzt die Seite. Okay. Wo rein? Da rein. Ja. Entschuldigung. Ja. Oh Gott, die ist reinget uns. Ich lauf ja schon. Nicht böse sein. So. Wo lang? Wo lang? Wir machen mal geradeaus. Ja. Die ist da hinten. Ich glaube, auf dem Weg sind wir gerade schon gegangen. Sind wir wirklich langsamer, wenn wir das Licht benutzen? Oder ist das nur mein subjektives Gefühl? Gehen wir mal hier rein. Wir sind mal auch wieder am Anfang. Aber irgendwo... Na, komm. Muss noch eins sein. Hier hinten bauen wir noch nicht. Irgendwo hier ist sie anscheinend. Hallo. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich würde es mal gerne versuchen. Wenn ihr so da sitzt, können wir ihr helfen. Nee. Schade. Ich hätte gedacht, dass wir irgendwie sie trösten können. Da ist das Letzte. Nehmen. Oh oh. Oh oh. Huch. Das hat sie wütend gemacht. Das hat sie wütend... Nein. Oh. Ich spüre das in meinem Nacken. Geht doch schneller. Ich drücke ja auch Shift. Bringt das was? Oder es bringt was? Minimal. Noo. Warte doch. Toll. Aber habe ich jetzt das Zahnrad? Behalt dich. Ja, dann ist es nicht ganz so schlimm. Dann kommen wir wieder zum Anfang. My love. So. Äh. Ich habe es auch schon gesehen. In any case. As your lawyer. I advise you to refrain from any imprudent actions. In other words. Don't do anything stupid. We still have a chance of winning this. Believe it or not. I've gotten clients out of deeper shit than this. Just don't make it any worse. Lay low for a while and let me appeal the court order. This social worker definitely has it in for you. We can use that to our advantage. Portray you as a victim of the system. A husband in mourning. A momentary lapse of reason. Also ganz funktioniert hat's wohl nicht. An overzealous bureaucrat. Trust me. This is our best option. Considering what you've been through lately. I'd say we have a good 50-50 chance of a good outcome. But not if you keep trying to convince everyone that you've gone completely insane. No more outbursts. No more rambling. Better yet. No public appearances whatsoever. You could still get your daughter though. Mhm. Aber vielleicht kann das hier alles anders enden. Als es ursprünglich geendet hat. So. Das letzte Zahnrad. Ups. Mach auf. Hallo. Hallo. Danke, dass du eine Demo-Version von Layers of 4 gespielt hast. Wir hoffen, es hätte dir gefallen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Bleib auf dem Laufenden für noch mehr Wahnsinn. Das war jetzt. Das waren also die ersten beiden Kapitel. Also es ist nicht direkt eine Demo im Sinne von. Wir zeigen ein paar Spielausschnitte als viel mehr. Du kannst den Anfang schon mal spielen. Zurück zum Menü. Haben jetzt auch ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Es ist eine Demolänge. Für die Demolänge ausreichend. Aber. Ehrlicherweise. Ich mag Layers of 4. Ich mag auch die Geschichten. Anders als andere mochte ich auch den zweiten Teil. Weil es doch ein anderes Grundkonzept. Das Konzept blieb gleich. Aber der Handlungsort. Die Idee dahinter war eine andere. Das fand ich doch cool. Weil Layers of 4. Zeichnet sich ja nicht nur allein durch den Stil aus. Sondern vielmehr. Die Geschichten. Und das was dahinter steckt. Hier finde ich es aber ein bisschen. Ich weiß noch nicht. Ich muss ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht. Ob mich die Demo so überzeugt hat. Ich werde das Spiel trotzdem spielen. Auf jeden Fall. Ähm. Denn eine Demo ist nur ein kurzer Einblick. Jetzt kann ich das ganze Spiel wiedergeben. Und ich mag ja Layers of 4. Aber ich hätte mir gerade am Anfang. Noch ein bisschen mehr Infos gewünscht. Oder vielleicht erstmal ein bisschen. In die Geschichte. In die neue Geschichte reinzukommen. Wer ist denn die Frau? Die Schriftstellerin. Was hat sie denn vor ein Schicksal? Vielleicht kommt das aber auch noch alles. Ich denke es einfach mal. Vielleicht kommen dann auch zu zwischen den Kapiteln. Dass sie verschiedene Bücher schreibt. Oder verschiedene Grundideen entwickelt. Dass das Teil 1 und Teil 2 dann ist. Von Layers of 4. Und dass wir zwischen jedem einzelnen Kapitel. Der anderen Teile. Dann wieder zu ihr zurückkommen. Und auch von ihr etwas Neues präsentiert wird. Wie es ja auch bei den anderen Teilen so war. Also jeder Endabschnitt eines Kapitels. War ja eine neue Offenbarung von dem Charakter. Oder neue Hintergrundinfos. Und das würde ich mir jetzt glaube ich auch ein bisschen wünschen. Dass wir mehr über die Schriftstellerin erfahren. Dass auch der Fokus. Deutlich mehr auf der neuen Episode. Als auf den alten Episoden spielen. Aber ich bin gespannt. Wie sie es zusammen verknüpfen. Und ich würde mich freuen. Wenn ihr mir erstens eure Meinung. Wie ihr die Demo findet. In die Kommentare schreibt. Ob ihr euch auf der Layers of 4 freut. Ob ihr das selbst spielt. Und ich würde mich natürlich auch freuen. Wenn ihr dann bei mir im Let's Play mit dabei seid. In diesem Sinne. Bis dahin. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. workerdullahフáls. flour is. Gewalt. Mann. 600-635-27ch. Adams. 𝘱uros collapsing. Mann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020